Hey, Mr. Täter, ich habe heute etwas Kokain besorgt. Eh? Wirklich? Wo ist es? In einem Plastikbehälter, der in meinem Arsch steckt. Eh? Warum ziehst du den Behälter da nicht raus und kommst später wieder? Gute Idee, eh. Ah, Mann. Hast du vielleicht Babyöl, eh? Nein, das letzte habe ich Indy geborgt. Er hat es mir komischerweise noch immer nicht zurückgegeben. Vielleicht haben ihn die Aliens geholt. Verdammt, eh. Scheiß auf das Zeug, was ihr da habt. Ich habe etwas viel Besseres da, Alter. Ich schwöre, Alter, das ist das beste Zeug. Ohne Spaß. Ich habe ein Ekstasy da. Das muss sein. Was geht ab, Mr. Tater? Hey, Joe, naja, ich wurde gerade darüber informiert, dass ein ganzer Plastikbehälter in meinen Arsch passen könnte. Ist das nicht unglaublich? Was zur Hölle, Mr. Tater? Ähm, naja, Ron war hier und... Naja, halt's mal, ich will nichts von deiner ekelhaften neuen Arschfetisch hören, Gott verdammt! So was behält man für sich, Mann! NIGGER! Ich werde jetzt nachsehen, was im Fernsehen läuft. Und ich hoffe, ich werde nichts zu sehen bekommen, was irgendwas mit Analkriegern zu tun hat. Haben Sie genug davon, die strengen Gerüche aus Ihrem Arsch oder aus dem eines anderen ertragen zu müssen? Tacos! Fuck you, asshole. Naja, zu Ihrem Glück müssen Sie das nicht länger, weil Arschauswischpapier jetzt nach Lego City kommt. Ja, Sie haben richtig gehört. Für den Preis von einem Euro kann eine Packung Arschauswischpapier schon bald Ihnen gehören. Mir? Nein, Sie sind Jude! Und wir brauchen Angestellte. Also bewerben Sie sich noch heute. Wir stellen eigentlich jeden ein und zahlen Mindestgehalt! Arschauswischpapier, damit deine Hand nicht nach Scheiße riecht. Hi, ich bin Bürgermeister Palpatine, der neue Besitzer von Lego City Arschauswischpapier. Und ich garantiere Ihnen, dass Arschauswischpapier auch Ihr Leben verändern wird. Kauft das neue Arschauswischpapier! Tu it! Verdammt, Scheuer, nicht in meiner Werbung! Yay! Ich bin dort angestellt, seit gestern, Joe. Was? Ich arbeite jetzt für Arschauswischpapier. Oh, bitte, Mann. Du bist nicht der Typ, der arbeiten geht. Ha! Komisch, Captain Snuggi hat mir genau das Gegenteil erzählt. Gottverdammt, wieso redest du mit diesem Affen? Wenn du einen Job haben willst, von mir aus, okay, Mann? Yay! Danke für die Unterstützung, Joe. Wieso arbeitest du nicht? Das tue ich doch, Sir. Ich bin Ihre Wache. Also bewache ich Sie. Oh, er ist ein kleiner Klugscheißer. Ist er das? Äh? Warum geht ihr zwei Fickstängel nicht nachsehen, wie es bei der Fertigung aussieht? Es ist nur eine Wache hier, Sir. Geh! Ja, Sir. Verdammt. Wilde! Klopapier zubereiten. Wunderbar. Wie geht die Arbeit voran? Echt gut, echt gut. Haben wir dann bald Mittagspause? Es ist 9 Uhr morgens. Was geht ab, Nigga? Wie zur Hölle? Hast du mich gerade genannt? Nigga? Oh, fick die Tante in den Arsch! Gottverdammt! Hey, wo ist Schorte überhaupt? Ah, ihm geht's schon gut. Macht er keine Sorgen. Dr. Jones? Dr. Jones! Wo sind Sie? Pst! Pst! Hey! Hey, Kind! Wer bist du? Ich werde dich vergewaltigen. Zaubern wir ein Lächeln auf dieses Gesicht. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Naja, unser Anal-Gladiator. Hey, Mr. Tater. Hey, Leute. Indy, wo ist Schorte schon wieder? Hast du ihn etwa in die Schule geschickt? Nein, Mann. Robin ist zur Schule gegangen. Und schau, was es ihm geworden ist. Er ist im Lego City-Heterolager. Den brutalsten Heterolager der Welt. Bist du endlich hetero? Alter, ich bin ja nicht mal schwul. Er streitet es ab! Er streitet es ab! Hau ihn mit dem Schlagstock! Hau ihn mit dem Schlagstock! Oh Gott, nein. Ah! Ah! Fuck! Ah! Ja, naja. Ich muss los. Bis morgen. Hörst, hat er gerade, wer kann, er bis morgen gesagt, oder? Nein, Überdose. Das hat niemand gesagt. Fuck, Alter. Wisst ihr, ich hab schon gedacht. Wie war die Arbeit? Gut, bis Palpatine beschloss, eine Arschmenge von Leuten zu entlassen. Er wird vielleicht sogar das Unternehmen auflösen. Warte, warum? Hast du eine Arschmenge gesagt? Nigga, ich hab gesagt, keine Geschichten über deinen neuen Fetisch. Also, wurdest du entlassen? Scheißt ein Bär in den Wald? Also, heißt das... Ja? Nein, wirklich? Scheißt ein Bär in den Wald? Diese Frage hat mich schon immer bewegt. Ich meine, wo kacken Bären? Mr. Tater, wurdest du entlassen? Oh. Ja, natürlich. Ich mochte den Job eigentlich sehr. Wir haben Arsch aus Wischpapier gemacht, gewartet, dann haben wir noch mehr Papier gemacht. Naja, wir sollten etwas finden, mit dem wir Palpatine erpressen können, seine schmutzigen Geheimnisse herausfinden. So können wir ihn dazu bringen, dich wieder einzustellen. Wow! Du bist ein Genie, Joe! Jupp. Sir, der lautlose Alarm wurde ausgelöst. Oh, wie schön für dich! Mein Penis funktioniert nicht mehr. Ich beschwere mich aber nicht alle fünf Minuten. Wenn ich versuche zu pissen, ist es gar kein schöner Strahl. Es tropft einfach irgendwie, wie so ein Gartenschlauch mit einem Loch. Na, so groß scheint dein Problem doch nicht zu sein, ha? Arschloch! Ich dachte einfach, dass ich Sie informieren sollte, Sir. Äh, informieren? Wegen was? Wer bist du? Wissen Sie was? Ich kümmere mich darum. Kümmern? Um was? Wo wir gerade bei kümmern sind? Ich brauche ein Schaumbad. Äh. WEDER! Okay, Männer. Die Scheiße hört jetzt auf. Hinaus, bevor ich euch verhafte. Leute, schnell! Haltet die Luft an und bleibt ruhig. Er wird uns nicht sehen, wenn wir die Luft anhalten und ruhig bleiben. Mann, er ist ein Wachtrupp. Kein T-Rex. Sir, ich hab die Eindringlinge gefunden. Ah, das sind die Typen. Ich sag dir eins, ich mag die Fähigkeit, die du hast, für deinen Job zu kämpfen, Mr. Tapete. Täter. Äh, ja, was auch immer. Wie wär's, wenn ich dir deinen Job wieder gebe und du morgen wieder hier arbeitest? Wirklich? Danke. Danke? Für was? Sie haben mir gerade meinen Job zurückgegeben. Äh, deinen Job zurückgegeben? Wer zur Hölle bist du nochmal? Wo bin ich? Hat die USA noch immer ein n***er als Präsident? Ich bin ein n***er als Präsident.